Moin moin, liebe Leute und es geht wieder weiter mit Brutal Mario Und ich bin sehr gespannt, ich kann jetzt gerade mit Dick Story nicht mehr aufnehmen, das finde ich sehr sehr toll, das backt jetzt gerade total rum, ich weiß nicht warum, ich habe keine Zeit mich damit zu befassen, deswegen nehme ich jetzt mit Bandicam auf, ich hoffe das funktioniert ganz gut, ich habe es gerade ein bisschen getestet, sollte gehen Und ich habe wieder einen neuen Controller, wieder einen Xbox Controller Weil Joa, Garantie drauf war Und jetzt kriege ich hoffentlich keine Krämpfe mehr in die Hand Und wir haben keine Musik in der Overworld, warum auch immer, wenn ich jetzt einmal in Level reingehe und dann sterbe, dann ist die Musik wieder da, also irgendwie ist gerade ein Bug drin Und hier ist dann auch die Mucke, so, geht los Ich habe, das sieht nach Mega Man aus, oh Gott Jetzt muss ich mich erst an den Controller gewöhnen Jetzt muss ich mich erst Oh Gott, ich muss mich an den Controller gewöhnen Achso, achso, okay Äh, 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 wie war das denn, äh Oh Gott Alter, das spielt sich ganz anders Mit dem Controller gerade So, okay Das haben wir geschafft Äh, wo geht's lang? Ah, verdammt Ich glaube, ich hätte die gebraucht, aber Okay, das probieren wir nochmal Ah, die werden Oh Die werden rot Dann geht, ja, dann fallen die runter Okay, warte, dann Ah Nehme ich den Nein So war's gut So Nehme ich den jetzt Oh oh Hä Oh, das, Alter Der Level ist ja Der ist ja grauenvoll So Oh je, das ist Oh Hier werde ich viel speichern Glaub mir das Okay, interessant Ah, das Level zu Ende Sehr gut Oder zumindest Dieser Teil ist zu Ende Ja, Wolkenwelt Hätte man sich eigentlich denken können Dass das so wird Irgendwoher kenne ich auch die Grafiken Woher sind die denn? Schreibt das mal einer bitte in die Comments Ach du Scheiße Was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist Aha Aha Achso, okay Dann werde ich wieder zum Anfang des Levels teleportiert Gut, dann weiß ich das jetzt Naja, Mist Oh Gott Ich muss mich gerade so Umgewöhnen Ich hätte nie gedacht, dass das Von Controller zu Controller So derbe Unterschiede gibt Ich komme mir gerade vor Als würde ich hier auf Eis laufen Weil ich das mit dem Digikreiz hier nicht gewöhnt bin Sag mal, kann ich auf die eigentlich auch drauf springen? Okay Ist mal herauszufinden Achso Ne, warte mal Warte mal Was macht der denn mit roten Strahlen? Hab ja gespeichert Ach, guck an Checkpoint Das ist Boss Tür Ne, warte mal Wenn das Boss Tür ist Wo komme ich denn hier hin? Zum Ziel Ne, warte Wenn ich weiß, wie das geht Dann mache ich das jetzt einmal mit dem Boss So, Checkpoint Das wäre das erste Gebiet, das wir vollständig abschließen Ist ja der Wahnsinn Mega Man ist das hier, oder? Rock, you must use the Leaf Shield Dr. Light Ja, es ist Mega Man Leaf Shield? Wir haben ein Leaf Shield? Wie war denn das? So war das Oh Äh, oh Achso, das muss ich Ach ja, ich muss es ja schießen Oh Oh, Alter What the fuck Ich bin noch völlig über Oh, ich glaube, ich habe ihn getroffen Ich habe ihn getroffen Ich bin noch völlig gerade überfordert Ah, Mist Okay Als kleiner Mann weitermachen Wird schon irgendwie hinhauen Bam Drei Treffer Oh, scheiße Ich kann ihn nicht zweimal treffen Okay Oh Nein, nee Oh Gott Oh Gott Oh Gott Fuck Fuck Okay Meine Oh nein Meine anfänglichen Behauptungen Dass Brutal Mario doch nicht so schwer ist Wie ich immer dachte Haben sich nicht bewahrheitet Oh Scheiße Nein Ja, da komme ich nicht mehr raus Scheiße Replay So Ach Fick doch Die Henne Oh Jetzt So Mann Okay Wieder sicher Weiterum probieren Ich bin so ein Depp Alter Schwede Alter, was Moks ich mir dann hier für eine Scheiße zusammen Ah Ich kann kein Ich kann keine Blätter mehr machen Oh Jetzt stelle ich mich hier Aber auch gerade Sau dumm dran So Hört das jetzt auch wieder auf Okay Ich bin wieder normal Ja Das war ein bisschen spät So Oh Mann Ja Das war klar Dass die mich treffen Aber versuchen kann man es ja So Bam Alles klar Ich vergesse immer diese Strahlen Der Wahnsinn Oh Gott Oh Gott Ja Exzellent Sau stark Nein Ist denn das die Möglichkeit Ach Komm schon Alles klar Coco Ja Wie oft soll ich den denn jetzt treffen Gott im Himmel Ich stelle mich so blöd dran Der helle Wahnsinn Bäm Huch Achso Oh Wackelkopf Sehr schön Wir haben Dr. Wily besiegt Oder Ne Quatsch Dr. Light Ach ne Dr. Light war ja unser Helfer Dr. Wily Ich weiß es nicht Oh cool Yellow Switch Palates Unser erster Gelber Schalter Palast Unser erster Schalter Palast Nicht gelber Schalter Palast So Und So Ich hab keine Ahnung Was das bringt Oh Gott Führen wir uns alle dahin Sieht schwer so aus La 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 Machen wir mal drei weg Wo waren drei Ne hier war eins Verdammt Ja Mist Jetzt geht die Zeit immer wieder von vorne los Dann machen wir drei hin Ne Ne Lassen wir mal wie es ist Lassen wir mal wie es ist Und hinein So Dann ist die eins hier Und dann ist hier Weiß ja nicht wo wir hin müssen Ah Wahrscheinlich in die Röhre Oder Ja Bestimmt in die Röhre Okay Dann machen wir es so Ach Ich bin so doof Ähm Probieren wir es so Okay Das sieht Sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Sieht gut aus Yes Und wir sind in Rohr Auch zum Schalter Hurray Okay Die gelben Blöcke sind jetzt aktiv Unser erster Schalter Palast Den wir dann mal gemacht haben Naja Soll der Schaden nicht sein Sehr gut Brittel 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 So Spie Jawoll Speichern Future of UFOs UFO So Denselben Shit wie eben nochmal Los geht der Käse Steuersatz abgerutscht Scheiß Dreck Ach du Die schießen Oh Gott Oh Gott Oh Gott So Den müssen wir mitnehmen Den Leck Die Katze Am Arsch Oh Ach komm jetzt Geht doch Mein Gott War doch keine Kein Weltwunder jetzt So Ich hole ich Komm wieder her Sehr schön Kann ich hier einfach durch? Oh Okay Dann so Das war natürlich genau mein Plan Schwups Haben wir Und weiter Gott Komm her du Pappsau Oh Mist Ich dachte ich treffe ihn Das war einfach nur saublöd Das war so saublöd Ich treffe ihn nicht Mist Okay Was mach ich denn gerade Leck mich doch fett Schon wieder so ein Tag Kann das sein Ich glaube das mit dem Mario spielen Ging nur an einem Tag Wo ich es aufgenommen habe Mit den ersten Parts Und dann war Feierabend Okay Man kann auch nicht Auf sie drauf springen So Die holen wir uns mit Weiter gehen Wunderbar So Jetzt in die Tür Genau Ja ich hätte die Münze noch mitnehmen können Aber wurscht Haben wir eh eine verpasst Und das war Spitze war das So Alles klar Ab zum ersten Oh Was Achso Okay Royal the Crafty Schlösschen Ich habe gerade Im Gefühl Oh nein Doch nicht Ich hatte im Gefühl Dass es ein Scrolling Schloss wird Aber Bis jetzt nicht Aha Geheimnisvoll Geheimnisvoll Mein Pils Scrolling Level Der hätte sich jetzt Vom Anfang her Sah der genau aus Wie ein Scrolling Level Hätte ich jetzt Wetten können Dass es einer wird Du bist mir sehr unsympathisch Liebe Drachenstatue So hier muss ich schnell sein Flupp Alles klar Drüber Drüber Warum schießen die nicht Das ist mir noch Suspekter Als wenn sie Schießen würden Und ich da halt Oh scheiße Voll die Kacke Aufs Dach bekommen Ach Das läuft immer so Kacke Verdammt Na gut Das war meine Feuerblume Oh nein Das war mein Pils Und das Oh Gott Äh Had enough of this castle To escape this infinite loop Exit through the window Ach Nee Ja tatsächlich Dann geht es wieder Von vorne los Okay Das ist dann quasi Wie Na gut bei Mario 1 War das Mario 1 Ich glaube das war Mario 1 Ja da gab es ja auch so einen Ewigen Loop bei Bowser Wo man dann Den richtigen Weg finden musste Um Weiter zu kommen Exit through the window Tja Welches Fenster Hier vielleicht Genau Bingo Ingo Was ist denn mit dir Du passt hier Aber optisch gar nicht hin Äh Und jetzt Und jetzt Okay Irgendwas war da seltsam Weiter Okay Hier haben wir uns jetzt mit dem Scheiterpalast gerade in riesen Gefallen getan Oh Gott Bin ich blöd Saukopp Dreckiger Warum habe ich das Gefühl Dass hier gleich wieder So ein Schwerkraftding kommt So Uh Bisschen zu knapp Ich bin so blöd Ne What What the Okay Zeit lassen Und Ach man Nicht hier hoch So Einfach weiterlaufen Gut Und wieder so ein Depp hier Am Arsch Kannst du knicken Das ist ja So Feder Schauen wir mal Was können wir denn mit der Feder tun Der Palast hier ist ganz schön groß Okay Passt Vermutlich wirst du jetzt Genau In unsere Richtung rollen Wollte ich noch sagen Scheiße Gib mir den Pilz Und jetzt ganz Flux durch Ja So viel zu Flux durch Einmal Pilz Immerhin Oh das war jetzt blödes Timing glaube ich Das war ziemlich blödes Timing Schneller Schneller Uiuiuiuiui Okay wo ist die Feder Äh die Feder Das Genau das Ding Zack Ja den will ich nicht What What Ähm Okay Oh manno Äh nein Ich wollte auch den Das Item Schwein Gut Naja wir sind beim Boss Haben keine Münzen eingesammelt Abkürzung ist also nicht Und nochmal Feder Aha Welcher von euch kommt jetzt hier gleich raus Ich wusste es Ich wusste dass es passiert Und der Buu Und der Knochen Trocken Ficken Kai Bis bald E médium Fucking Ei Ei